Blauer Himmel über Frankfurt. Brütende Hitze liegt über der Stadt. Das Pflaster ist heiß. Die Menschen suchen Abgefüllung. Montag 20. August 2012 Gelegentlich eine frische Brise. Die Mahnwache der Occupy-Bewegung Frankfurt steht in der sommerlichen Hitze auf dem Willy-Brandt-Platz. Zwischen Opern und Schauspielhaus am Fuß der Europäischen Zentralbank vor dem Euro-Zeichen. Nur wenige harren aus. Die Menschen suchen den Schatten. Ein Sonnenschutz steht über dem Impfvorstand der Occupy-Bewegung. Nicht lange, nur einen Tag. Und dann kommen Polizisten und reißen das Sonnendach ein und tragen es fort. Sofort organisieren Occupy-Aktivisten einen Protest und ziehen mit einem Transparent und einem Megafon auf die Zeil und informieren die Bevölkerung über das Vorgehen der Polizei und das brutale Vorgehen des Frankfurter Ordnung-Amtes. Die Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach dem Strafgesetzbuch Paragraf 223 ist es eine gefährliche Körperverletzung, wenn man die Gesundheit eines anderen Menschen aufs Spiel setzt. Heute Morgen hat die Frankfurter Stadtverwaltung die Gesundheit der Menschen, die an der Mahnwache unter dem Eurozeichen versammelt sind, aufs Spiel gesetzt, indem sie ihnen den einzigen Sonnenschutz entfernt hat. Es ist uns verboten, Sonnenschutz zu benutzen. Wir haben das heißeste Wochenende seit 240 Jahren und es ist uns verboten, Sonnenschutz zu benutzen. Wir haben uns selbst einen Pavillon aufgestellt, um einen Sonnenschutz zu haben, um die Gesundheit der teilnehmenden Mahnwache-Teilnehmer sicherzustellen. Es ist, wie jeder weiß, sehr gefährlich, bei diesem Wetter ohne Sonnenschutz sich auf der Straße zu bewegen. Bitte denken auch Sie daran, immer genügend Flüssigkeit gutlich zu nehmen und sich rechtzeitig in den Schatten zu begeben. Wir haben seit heute Morgen auf dem Willy-Brandt-Platz keinen Schatten mehr, weil die Stadtverwaltung im Namen von Ordnungsamt uns unseren einzigen Sonnenschutz entfernt hat. Dieser Sonnenschutz ist Ihr Spendengeld. Die Frankfurter Bürgerinnen und Bürger haben gespendet, um damit wir uns ein Pavillon kaufen. Und die Stadtverwaltung hat Ihre Spendengelder heute Morgen mit Füßen getreten und mit Stahlstangen zerstört. Wir haben jetzt auf unserem Platz keinen Sonnenschutz mehr und haben gestern 46 Grad gemessen, 50 Zentimeter vom brütenden Asphalt entfernt und wir dürfen nur neun Stühle abstellen. Das bedeutet, wir müssen mit unserem Körper auf dem heißen Asphalt sitzen. Und dann hat man uns, nachdem wir mit unseren Körpern auf dem heißen Asphalt sitzen müssen, auch noch unseren letzten Sonnenschutz entfernt. Und diesen Sonnenschutz haben wir von Ihren Geldern bezahlt. Wir sind zu Herrscharen in unserem Camp gewesen und haben Geld in unsere Spendenböcke getan. Und von diesem Geld haben wir ein Pavillon zum Sonnenschutz gegast. Und heute Morgen ist der von der Polizei verstört worden und es ist dabei menschlich verletzt worden. Wir stehen vor dem heißen Asphaltende. Nach dem heißen Asphaltende der letzten 240 Jahre und uns wird der Sonnenschutz entfernt, weil es den Auflagen nicht entspricht, es lässt sich nicht vereinbaren mit der Verantwortung, die wir für die Menschen übernehmen, die hier bei uns sich gegen das aufstellen, was auch Sie persönlich am System so sehr stört, dass Kriege die Welt beherrschen und nicht die Herzen. Dafür stehen wir dort und dafür darmen wir aus glühendem Asphalt. Und nachdem man uns jetzt auch noch den Sonnenschutz genommen hat, sind wir stolz darauf, dass wir das aushalten können, was andere erdulden müssen, wenn die Menschen aus Griechenland zu uns kommen und uns berichten, dass man sie nicht nur ihres Arbeitsplatzes, sondern auch ihrer Wohnung beraubt hat.